Hallo ihr Lieben! Heute habe ich euch eine spannende Aufgabe aus einem Zulassungstest der Cambridge University mitgebracht. Wenn ihr dort solche mathematischen Fächer wie Computer Science studieren möchtet, dann müsst ihr durch so einen Zulassungstest hindurch. Diesmal geht es um die Integralrechnung und die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen. Bestimmen Sie die Fläche, die von diesen beiden Kurven eingeschlossen wird. Die eine Kurve lautet y gleich p mal Wurzel x und die andere x gleich p mal Wurzel y. p soll dabei eine positive Konstante sein. Es gibt Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt gerne mal testen, ob ihr mit eurem Wissen das jetzt auch schon so hinbekommen könntet. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie man das lösen kann. Wir bekommen also zwei Kurven, die eine Fläche einschließen und diese Fläche sollen wir berechnen. Das kann man ja mit der Integralrechnung machen. Ich zeige euch jetzt auch gleich die Schritte, die wir abarbeiten müssen. Wir brauchen auf jeden Fall dabei auch die Grenzen, von wo bis wo wir integrieren müssen. Das wären hier die Schnittpunkte. Und dann können wir eben mit dem Integral diese eingeschlossene Fläche berechnen. Schauen wir uns mal gerade unsere Übersicht an. Als allererstes steht hier beim Flächenberechnung Funktionen bestimmen. Was meine ich damit jetzt? Normalerweise bekommt man die Funktion f von x und g von x und dann soll man die Fläche dazwischen berechnen. Hier sehen unsere Kurven oder Funktionen ein bisschen anders aus. Die eine heißt y gleich das da. Das ist eine Funktion. Die nennen wir einfach jetzt mal f von x, damit man die besser unterscheiden kann. Das wäre p mal Wurzel x. Das wäre die erste. Die zweite sieht aber noch nicht so gut aus. Da steht nämlich x gleich p mal Wurzel y. Und die müssen wir zuerst mal nach y auflösen, damit wir auch eine Funktion in x überhaupt haben. Also lösen wir die nach y auf. Bedeutet, wir teilen mal durch p. Das dürfen wir auch machen. Kann man auch immer mal im Hinterkopf haben, dass man hier vielleicht noch dazu schreibt. p ist nämlich ungleich 0, denn es hieß ja, p soll positiv sein. Wir teilen hier also nicht durch 0. Da passiert nichts Schlimmes. x durch p würde dann auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite steht nur das Wurzel y alleine. Okay, jetzt haben wir es ja fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Wurzel wegbekommen. Das kriegen wir auch hin, indem wir einmal quadrieren. Beide Seiten. Hier entsteht dann x² durch p². Und auf der anderen Seite hebt sich die Wurzel einfach weg. Und da steht nur noch y. Damit hätten wir unsere zweite Funktion jetzt gefunden. Das kann man noch rumdrehen. y gleich. Das x habe ich nicht so gerne in einem Bruch stehen. Deswegen würde ich das x² hinter den Bruch schreiben und vorne dran dann eben 1 durch p². Das lässt sich dann auch einfach besser integrieren oder ableiten, je nachdem wo man ist. Aber ist auch geschmacksacher. Wenn ihr das so mögt und wisst, was das bedeutet, dann könnt ihr es natürlich auch so stehen lassen. Das wäre jetzt also unsere zweite Funktion, unser g von x. Ersten Schritt hätten wir dann also hinter uns gebracht. Wir haben die Funktionen bestimmt, um die es hier überhaupt geht. Zweitens, wie eben schon gesagt, wir brauchen die Schnittpunkte jetzt von diesen beiden Funktionen, damit wir wissen, von wo bis wo wir überhaupt integrieren müssen. Bedeutet, wir schnappen uns unsere beiden Funktionen, die stehen jetzt hier schon wieder, und setzen die gleich, weil wir wollen ja die Schnittpunkte finden. Das bedeutet, p mal Wurzel x soll gleich dem da hinten sein. Und das müssen wir jetzt nach x auflösen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm. Vielleicht multiplizieren wir erstmal mit p², damit die p's zusammenkommen. Dann hätten wir hier p mal p², das wären p hoch 3 mal Wurzel x. Und auf der anderen Seite ist das ja weg und da steht nur noch das x². Jetzt ist hier Wurzel x mit drin. Das könnten wir wegbekommen. Also wir können die x ja jetzt so noch nicht zusammenfassen, weil Wurzel x und x² geht halt leider nicht. Deswegen würden wir mal quadrieren, damit das Wurzel x hier wegfällt. Was steht hier dann? Wenn wir die komplette Seite einmal quadrieren, auch das p hoch 3 muss quadriert werden, das wird ja dann zu einem p hoch 6. Die Wurzel fällt weg beim Quadrieren, da steht nur noch ein x. Und hier x² nochmal quadriert wäre x hoch 4. Dann bringen wir mal alles mit x auf eine Seite. Also rechnen minus diesen Teil, also minus p hoch 6 mal x. Dann steht da 0 gleich. Die x hoch 4 stand hier schon. Und dieses minus p hoch 6 mal x kommt auf die Seite. Ein Hinweis gerade noch beim Quadrieren. Ganz am Schluss müssen wir dann testen, ob unsere Lösungen noch passen, weil beim Quadrieren können ja Scheinlösungen entstehen. Wenn wir aber darauf achten, die am Schluss nochmal zu kontrollieren und zu prüfen, ob das wirkliche Lösungen sind, dann ist Quadrieren kein Problem. Hier müssen wir jetzt nach x weiter auflösen. Das habe ich jetzt mal auf die nächste Seite so geschrieben. Können wir nach x auflösen? Da steht ja gleich 0, indem wir, da ist ja ein x drin, da ist x drin, dann können wir mal ein x ausklammern. Also x mal, hier wäre dann nur noch x hoch 3 da. Und da hinten, dieses x haben wir ausgeklammert, dann steht da nur die p hoch 6. Und jetzt steht hier ja was. Irgendwas multipliziert mit was anderem gleich 0. Das ist super gut, denn jetzt können wir den Satz vom Nullprodukt anwenden und das hier aufsplitten, denn entweder dieses x hier muss gleich 0 sein oder der andere Teil muss gleich 0 sein. Also dieses x hoch 3 minus p hoch 6 muss 0 sein. x gleich 0 ist unsere erste Lösung, also unser erster Schnittpunkt, den wir gefunden haben. Und das hier lösen wir noch nach x auf, indem wir zuerst plus p hoch 6 rechnen. Dann steht da x hoch 3 gleich p hoch 6 und dann ziehen wir noch die dritte Wurzel. Dann hätten wir die dritte Wurzel aus p hoch 6. Kurze Überlegung, was das wäre. Man kann beim Wurzelziehen dann einfach die Hochzahl durch 3 teilen, dann ist die Wurzel weg, also hätten wir da p hoch 2. Das wären unsere beiden Schnittpunkte, 0 und p². Wir haben aber, jetzt müssen wir nochmal kurz zurückgehen, gesagt, dass wir ja quadriert haben. Also jetzt müssen wir kurz mal noch schauen, ob 0 und p² wirklich Lösungen hiervon sind. Also wir machen mal gerade die Probe. Wenn wir die 0 einsetzen für das x, dann steht hier p mal 0 ist 0. Und hier für das x0 eingesetzt, er geht auch 0, also die 0 passt. Und jetzt müssen wir noch schauen, ob p² auch passt. Wurzel aus p² wäre p, also p mal p wäre p² auf der Seite hier. Und wenn wir p² hier einsetzen und da kürzen, kommt auch auf der Seite p² raus. Also auch das passt von den Lösungen. Damit hätten wir unsere Schnittpunkte gefunden, 0 und p². Und damit kommen wir jetzt endlich zum eigentlichen Integral, das man dann zu berechnen hat. Denn wenn wir die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen wollen, die wir jetzt endlich gefunden haben und auch unsere Schnittpunkte gefunden haben, dann berechnet man die Fläche folgendermaßen. Von der unteren Grenze, von der 0 bis p² läuft unser Integral über die eine Funktion, also dieses p mal Wurzel x, minus die andere Funktion. Dieses Integral müssen wir aufbauen. So kann man immer die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen. Falls es negativ werden sollte, das wissen wir ja nicht, ganz am Schluss muss ja was Positives rauskommen, weil eine Fläche ist immer positiv, dann nimmt man noch den Betrag. Aber das können wir auch ganz zum Schluss dann auch überprüfen, ob das, was da rauskam, auch tatsächlich positiv ist. Und dieses Integral müssen wir jetzt berechnen. Das steht jetzt nochmal auf der nächsten Seite. Und jetzt geht es eigentlich an die Integralrechnung ran. Wie können wir das jetzt integrieren? Dieses Wurzel x ist noch nicht ganz so schön. Da können wir das umschreiben zu, also statt Wurzel x kann man ja auch x hoch 1,5 schreiben. Dann lässt sich das nämlich mit den Regeln besser integrieren und dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Dann können wir nämlich die Stammfunktion bilden. Wie? Ganz normale Regeln. Die Hochzahl wird 1 größer gemacht. Also zu dem 1,5 kommt 1 dazu. Also 1,5 plus 1 wären ja 3,5. Und der Faktor oder die Zahl, die vorne dran stand, dieses P, wird dann durch die neue Hochzahl geteilt. Also durch die 3,5. Hinten genauso. Aus dem x² wird erstmal ein x hoch 3. Und die Zahl, die vorne dran stand, dieses 1 durch P², wird durch die neue Hochzahl geteilt. Das wäre unsere Stammfunktion in den Grenzen von 0 bis P². Und das hier habe ich jetzt auf die nächste Seite nochmal geschrieben. Und das müssen wir jetzt erstmal, bevor wir die Grenzen einsetzen, ein bisschen vereinfachen. P durch 3,5. Wir haben auch keinen Tauschenrechner zur Verfügung in diesem Test, also da müssen wir leider so durch. P durch 3,5, kurze Nebenrechnung, ist dasselbe wie P mal der Kehrwert, also mal 2 Drittel. Also 2 Drittel P mal x hoch 3,5 hätten wir da vorne. Und hier hinten, da hätten wir 1 durch P² geteilt durch 3, also durch 3 Eintel kann man dann ja auch schreiben. Das bedeutet, da hätten wir 1 durch P² mal den Kehrwert 1 Drittel, bedeutet, dass 1 oben steht und die 3 P² unten. Hinten dran, aber trotzdem das x hoch 3 und die Grenzen bleiben natürlich. Okay, Nebenrechnung nochmal weg. Jetzt wird eingesetzt. Die obere Grenze zuerst, also das P² für jedes x hier rein, was ihr finden könnt, bedeutet, da steht 2 Drittel P mal. Das P² kommt da rein und dann hoch 3 Halbe. Minus, alles hinschreiben erstmal und für das x kommt da P² rein und dann hoch 3. Das war die obere Grenze. Dann kommt ja normalerweise ein Minus und jetzt wird die untere Grenze eingesetzt. Bei 0 ist es meistens sehr nett, denn wenn wir da 0 einsetzen, kommt 0 raus. Wenn wir hier 0 einsetzen, kommt 0 raus. Das ist einfach alles 0. Das bedeutet, diesen Teil müssen wir jetzt nur noch zusammenfassen und dann haben wir es tatsächlich gleich geschafft. Wie können wir das also ein bisschen verrechnen? Da steht es jetzt nochmal. Wir können hier vielleicht mal die 3 Halbe und die 2 miteinander verrechnen. 2 mal 3 Halbe, da kann man die 2 mit der 2 kürzen. Da steht dann noch P hoch 3. Und hier hinten hätten wir, wenn wir hinten die Klammer erstmal auflösen, 2 mal 3 wären P hoch 6. Und jetzt sieht es schon ganz gut aus. 2 Drittel mal P mal P hoch 3 wären P hoch 4. Und hier kürzt sich das P Quadrat mit dem P hoch 6 raus und wird zu P hoch 4. Also ein Drittel mal P hoch 4. Und das ist doch jetzt schon sehr gut. P hoch 4 und P hoch 4 kann man zusammenfassen. 2 Drittel davon minus 1 Drittel davon wäre nur 1 Drittel von den P hoch 4. Und damit hätten wir eine Lösung. Dann schauen wir mal, welche Antwortmöglichkeit das tatsächlich wäre in all dem hier. Also die großen fallen auf jeden Fall mal raus. Dann ist hier gar kein Bruch drin. Hier sind Brüche, hier ist aber Sechstel. Dann bleibt nur D übrig. Also ein Drittel P hoch 4 ist ja dasselbe wie P hoch 4 Drittel, wenn man das nochmal zu einem Bruch zusammenschreibt. Ja, genau so. Erzählt mir gerne mal, ob ihr es hinbekommen hättet und ob euch sowas gefällt. Dann sehen wir uns hoffentlich bei einem nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.